so hallo herzlich willkommen heute will ich einen kleinen ausschnitt aus dem matchmaking zeigen der sound ist extrem beschissen mikrofon von der webcam hat leider aufgenommen statt mein richtiges mikrofon kann man nichts machen aber die zehn waren einfach extrem gerne und ich wollte euch unsere geheime pflanzen taktik auf cs office nicht vorenthalten ich hoffe ihr spaß trotz der miesen soundqualität drückt uns einen daumen hoch rein wenn es gefallen hat und danke fürs zuschauen lol ich schneide mir die hände ich glaube wir kaufen uns alle ne popum kämpfen ja auf mit tazern und alle deutsch doch mit dem kampf ist vor Uuuuhh Warte 6D No Scope MLG Looooooool Warte 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 Looooooool Geht mal mit eurer CZ her Musche mit ner Tech9 machen Du verteilte One-Click-System Warte 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 Hol die Geisel und geben die CTs vor Ja hol die Geisel Warte 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 4 Schuss Da liegt ne Waffe von dem M4 hinter dir Hinter dir Eineres hinter dir Warte 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 Ein Schuss Warte nach Nein tu's nicht Da kommt noch einer Ich glaube auch der kommt da Genau Nice Das sind W-Wallhacks 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 K-Wallhacks W-Wallhacks Und ich hatte gar keinen Kevlar Zeige ich schon mal die Tanks Ich will jetzt erst mal Kevlar holen. Ey, 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 warte, 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 warte. Wie ist Mac-10? Ja, ich spiele Mac-10. Nice. Das G1 steht da, wo wir vorhin mit der AWP standen, weißt du, was ich meine? Echt? Ja, ja, ja. Voll der Wichser auf meinem Platz. Geh mal da weg, meiner. Meiner. So ein Hundesuch. Ich würd jetzt ansagen, wo die kommen, aber... Pass auf, Uwe, guck mir zu. Ja? Das ist auch voll der geile Spot. Hier, seh, hier guck mal, es ist nicht welche hin. Warte, 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 warte. Die sehen dich nicht. Warte, 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 warte. Du musst jetzt deine Waffen wegmachen und den Eifern. Ich bin schon uncool. Da hat's jetzt gedacht, ist da einer oder ist da keiner? Wunder, warum kommt er nicht nochmal? Wunder, warum kommt er nicht nochmal? Weil er als ich gedacht hat, die Pflanze ist gefährlich. Die Pflanze hat eine Waffe in der Hand. Nein! Warum hast du dich rausbewegt? Der hat dich auch nicht gesehen! Wer hat da geschossen? Wer hat da geschossen? Die Pflanz hat dich getötet! Lass mal alle die Pflanz in Pflanzung entstellen! Alter, dann Taktik! Lass mal alle in die Pflanz drei Stecken stellen! Wir brauchen grüne Skins, man! Du hast die Echo! Du brauchst die Echo, man! Und dann in die Pflanze rein! Du hast doch eine Scout! Du kannst doch hier nichts anfallen! Uwe, in die Pflanze! Welche? Ich sitz auch in der Pflanze! Direkt vom Hausherd! Warte, warte, warte! Ich hab für die Arschloch Pflanze! Hat geklappt! Der sieht mich! Was ist los? Okay, grün, 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 grün! Geh rüber! Hälfte Uwe! Ich bin unverwundbar durch die Pflanze! Der ist da rechts! Der Scout pickt! Nice, Mann! Die Macht der Pflanze ist mit uns! Da muss ich ja die Pflanzen setzen! Alter, ich schwör, die haben mich nicht getroffen, Mann! Ich hatte 100 AP noch! Ich bin schon lange gebrochen, um zu checken, wo ich war! Die Pflanzen sind einfach von lower lower! Na, Mann, die Pflanzen sind OP! Alter, Mike, du musst dir die, ähm, Ding nehmen! Die, ähm, Galil! Die grüne! Die hab ich jetzt verkauft! Warum hast du die verkauft? Weil wir verlieren die Spieler! Das wäre die perfekte Pflanze gewesen, Mann! Und der Skin 5 Euro kostet, deswegen hab ich mir gedacht, okay, brauchst du eh nicht! Nein, den hätte ich zum Trade-Up für die, äh, für die Hyperbeast nehmen können! Fuck! Ich geh weg in die Pflanze! Echt, Mann! Hier! Pflanzen macht! Höh! Greenpeace! I'm throwing a grenade! Jakob, was machst du? Ich hab einen geholt und mich in die Pflanze gestellt, dann noch! Mich angreifen! Und Jakob! Mit ne, mit ne, ne, ich! Ist das gut? Ich hab ja ne noch! Äh, aua, aua, okay! Schau mal! Das klappt, Alter, ey! Das klappt, Alter, ey! Alter, die scheiß Pflanzen sind OP, Mann! Die denken sich auch so! WTF ist los, Alter? Was ist los? Jetzt alle mit Nice in die Pflanze dran! Das wäre hart, Alter! Und dann laufen die alles einfach an uns vor Ort! Das wäre zu, zu, zu betrieben! Aber es ist 15, 15 ist der Reihe! Oh, Runde! Die beiden, die ich geholt hab! Ruf, ich bin eine Backup-Pflanze! Die Backup-Pflanze! Ey, da müssen wir ein Taktik-Video drüber machen! Ja, einfach so die, also wie immer so genau in die Pflanze reinspringt! Die, 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 die deutsche Pflanzen-Taktik! Oh Mann, ich glaub, das Video wird auf YouTube landen! Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, Hilfe! Du brauchst keine Hilfe, du bist in der Pflanze! Vollspecken! Hab ich gar kommen! Höhö, ich komme! Hehehe! Leute, die Pflanze ist aber auch ziemlich cool! Joa, Saskias Pflanze ist auch ziemlich cool! Voll die Blumenkinder hier! Die ist auch gut, da wo du drinnen bist, da war ich eben auch! Er gibt mir einfach durch die Wand! Ey, du warst nicht in der Pflanze! Ich mein, was willst du machen? Ja, gell! Er gab mir durch das Blatt einer Pflanze! Ey, das ist schon eine Entscheidungsrunde, Alter! Ah ja, wegen der Pflanze, sag ich! Ey, grün, grün! Guck mal eben, guck! Guck mal hier! Hier bei Blau! Da hab ich die ganze Zeit drin gesitzt, aber da war es mir zu langweilig, weil die nie zu... Ja, warte, Uwe, Uwe tritt einfach! Warte, Uwe, duck dich mal! Alter, die Pflanze-Taktik, die gesucht! Doppel-Pflanze! Doppel-Pflanze! Warte, du bist jetzt geduckt, oder? Ich bin geduckt! Nein, komm ich nicht drauf! Such dir deine eigene Pflanze! Oh, 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 wer ist böse! Oh! Ich bin aus der Pflanze raus! Wir müssen Pflanzen tauchen! Ja, Mann, ich bin jetzt die Backup-Pflanze! Richtig dreckig! Ey, der ist durch! Der ist durch! Kommt jetzt bei Sascha, glaub ich! Ich geh doch die ganze Zeit Steps! Das schafft er eh nicht mehr! Und der kriegt ne Chroma 2! Und Jakob, Jakob kriegt auch ne Chroma 2! Und das kriegt auch ne Chroma 2! Ja, und das kriegt auch ne Chroma 2! Easy Game! Ich hab Up-Rank und Chroma 2! Boah, die sind ja gar nichts, ey! Zwei Unranked! Die waren zu mir auf! Die Unranked! Aber der eine ist, äh... Shirak Gold! Jakob, du musst die Kiste jetzt aufmachen, das weißt du, ne? Ich bin wieder! Das ist so ein ungeschriebenes Gesetz bei uns! Alle Chroma 2 Kisten, die gedroppt werden müssen... revaks.f Lesen! Wirimpel einer Wuwen bal Mode